Hey und herzlich willkommen zu einer Folge Agario. Ich weiß, das Spiel ist schon etwas älter, allerdings ich persönlich finde es echt geil und zockt es auch gerne, vor allem abends und so und ich wollte es auch einfach mal für YouTube aufnehmen. Ähm, ja, wir machen jetzt mal erstmal die Daily Quest. Was ist das denn für eine Quest? Eat. Okay, ich muss jemand essen. Und ich hab dreifache Anfangsmasse und es ruckelt kein bisschen, nein. Äh, ja, die wollen mich alle fressen. So, komm mal her du kleine. Komm her du kleine Spinne. Ja, ja, äh, das liegt einfach daran, dass ich gerade kaum Internet hab. Oh Gott. Und geschafft. Alter. Ja, nice. Lol. Wie groß ich einfach jetzt auf einmal bin. Mit einem Schlag. Ja, so läuft mal das. Wir sind Platz 17. Und ich geb dem mal kurz ein bisschen Masse. Zack. Boah, wie ich den einfach richtig ausgebeutet hab. Ah, hohohoho, geil. So spielt man Agario innerhalb von den ersten 30 Sekunden auf Platz 8. Gut, das ist das Beste, was ich je geschafft hab. Mein Lebensziel ist erreicht. Oh fuck, aber der ist größer als ich. Der kann mich fressen. Okay, allerdings finde ich, hab ich echt was, alles richtig gemacht. Von daher, äh... Von daher, äh... Nice. So, und jetzt, ähm... Ja, geil. Obwohl, ne, scheiße. Die 8 hat jemand gefressen. Und ich hab die gerade eben fast komplett gefressen. Das ist jetzt echt, äh, bisschen traurig. Allerdings sind wir immer noch mit einem Score von 1436 in den Top 10. Gut, ich hab keine Gefahr mehr. Die 8 ist raus aus den Top 10. Das heißt, ich bin größer. Entweder ist komplett gestorben oder einfach nur kleiner geworden. Oh, Moment mal. Wenn die 8 so riesig war, dann muss ich ja beinahe fast alles von der gefressen haben. Okay, ich bin immer noch in den Top 10. Könnte so, ah, da ist immer noch ein riesengroßer. Oh, oh, der ist Level 100. Das sieht man am Skin. Höhöhöh. Ja, also, ich hab den NASA-Skin, weil ich einfach... Egal finde. Los, komm schon, mach den Fehler und flieg den mich rein, ihr Spackos. Okay, wir sind nicht mehr in den Top 10. Allerdings ist das auch nicht so ein großes Problem. Hauptsache, wir sind riesengroß. Alter. Da will mir noch jemand sagen, dass, wenn es ruckelt, man es nicht schaffen kann zu gewinnen. Das will mir doch mal jemand sagen. Der versucht mich auszutricksen mit den, ähm... Ja, wie nennt man es eigentlich? Die grünen Bälle. Aber was ich auch nicht verstehe, warum steht da eat vir... Virus... Und 0 von 1. Ich hab doch schon voll viele... ...gegessen. Hm. Ja, gut. Ähm. Naja, wir sind erstmal direkt in der ersten Folge in den Top 10. Von daher... ...habe ich alles geschafft, was... ...wichtig ist. Der ist zu groß. Der ist auch zu groß. Da kommt noch ein größerer. Der jetzt immer größer wird. Tömööö. Oha. Ja. Und das war's dann auch. Yeah. Nice. Okay. Gut. Ähm. Also hier. Seht ihr. Ich habe mal eben nur 400... ...fünfund... 451 von den Mini-Bällen hier gegessen, aber immerhin wird 4 Minuten 51 überlebt. Also, ich würde sagen, das war's mit der Folge, bis zum nächsten Mal, ciao.